Bela Bartok war nicht nur ein gigantischer Komponist, sondern auch ein wunderbarer Lehrer und Pädagog. Und so wie Johann Sebastian Bach vor ihm, auch er hat sich sehr viele Gedanken gemacht wegen der Erziehung von Kindern, von musikalischen Kindern. Und dafür hat er zwei wunderbare Sammlungen von kurzen Klavierstücken geschrieben. Zuerst für Kinder in vier Bänden und später Mikrokosmos in sechs Heften. Für Kinder besteht aus Kompositionen, die ausschließlich Bearbeitungen von Volksliedern sind. Zuerst ungarische Volksliedern und dann auch aus der Slowakei, was ja ein Nachbarland von Ungarn ist. Bela Bartok sah sich nicht nur als Komponist, sondern als Wissenschaftler. Er hat sein Leben lang Reisen gemacht in Ungarn und in Rumänien, in der Slowakei, in Serbien und Kroatien und sogar später in der Türkei, in Tunesien und überall Volksmusik gesammelt. Er ging herum mit einem alten Phonograph und er ließ die Leute vom Dorf singen. Sie mussten ihm vorsingen. Er suchte immer, wer sind hier die Leute, die Volkslieder kennen. Also meistens ältere Frauen, aber es waren auch ein paar Männer dabei. Und dann, er hat versucht, diese Bauernleute zum Singen zu bringen, was nicht immer einfach war. Die Leute im Dorf sind eher misstrauisch und sie wollen nicht sofort singen. Also ich weiß nicht, wie Bartok das erreicht hat, dass sie gesungen haben, aber gesungen haben sie. Und er hat das ganz genau aufgenommen, aber auch in seinem Notizenbuch genau notiert. So genau, wie es möglich ist. Eben unsere musikalische Notation ist ziemlich genau, aber für die ganz feinen, kleine Feinheiten genügt es nicht. Wir kennen nicht diese Nuancen von der musikalischen Notierung. Ein Beweis dafür ist eben, wie wir die Noten von den Stücken von Bartok im Notenbuch lesen. Und dann hören wir, wie Bela Bartok das gleiche Stück spielt. Er war ja äußerst genau in der Notierung und er macht Tempovorschriften, er macht sogar Metronomvorschriften. Er schreibt sehr gerne am Ende eines Stückes, ja, 40 Sekunden lang. Aber wenn er das selbst spielt, ist es schon ein bisschen anders. Weil wie Bartok spielt, das ist wie er spricht, wie er sprechen würde. Wir sprechen ja auch in allen Sprachen ziemlich frei. Manchmal erhebt man die Stimme, manchmal lässt man das fallen, manchmal machen wir kleine Pausen, kleine Rezessuren, manchmal stellen wir Fragen oder gehen dann schnell weiter. Also, und so ist eben die Musik. Die Musik ist auch eine Sprache. Die Musik ist auch eine Sprache. Die Musik ist auch eine Sprache.